Neuseeland ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag etwa 90 Kilometer nordöstlich der Stadt Christchurch. Der Zivilschutz des Landes gab eine Tsunami-Warnung aus. Angaben über die Stärke des Bebens reichen von 6,6 bis 7,9. Berichte über größere Schäden und Opfer liegen bislang nicht vor. Aus einigen Gegenden wurden Stromausfälle gemeldet. Es gab mehrere heftige Nachbeben.